Die Ökomodellregionen in Bayern sind ins Leben gerufen worden von der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen des Programms BioRegio 2020, das jetzt erweitert worden ist auf BioRegio 2030, das dazu dienen soll, dass es einfach mehr Bio-Lebensmittel gibt und damit auch mehr Bio-Landwirtschaft. Da haben die Kommunen vor Ort die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, eine Ökomodellregion zu gründen, bekommen dann auch für ein paar Jahre Fördermittel, um dort eine Projektmanagerstelle und teilweise auch Projekte sich fördern zu lassen. Und der Landkreis Miesbach hat sich 2014 entschlossen, dass er auch so eine Ökomodellregion gründen möchte, was sehr schön ist bei uns, was auch bei den wenigsten Ökomodellregionen der Fall ist, dass hier wirklich der ganze Landkreis, alle 17 Gemeinden sich zusammengeschlossen haben. Und das ist einfach auch für mich jetzt als Projektmanager eine schöne Sache, weil ich dann wirklich alle Landwirte aus dem Landkreis auch mitnehmen kann. Die Ökomodellregion bei uns hat so ein bisschen diesen Sonderstatus, dass wir hier im Landkreis Miesbach eigentlich sehr viel Grünland haben. Wir haben nur sehr wenig Ackerbau, auch hauptsächlich, wenn dann nur im Norden vom Landkreis. Und es ist halt die ganze Landwirtschaft hier sehr milchviehbasiert mit Rinderhaltung. Und da versuchen wir natürlich mit verschiedensten Projekten die Landwirte zu unterstützen. Ziel des Ganzen bei uns ist es hauptsächlich, wir möchten unsere schöne Kulturlandschaft erhalten. Und dafür sind unsere kleinen landwirtschaftlichen Betriebe notwendig. Bei uns liegt der Schnitt bei 25 Milchkier pro Betrieb. Das ist also mit der geringste Bestandsschnitt in ganz Deutschland, was die Rinderhaltung betrifft. Und man kann sich vorstellen, dass es da für die Landwirte sehr schwer ist, dass wirklich Geld verdient ist. Und so sind eigentlich die meisten Landwirte auf ein zweites oder sogar auf ein drittes Standbein angewiesen. Und da versuchen wir jetzt als Ökomodellregion, abseits von den ganzen normalen Diversifizierungsmöglichkeiten, die das Landwirtschaftsamt in Holzkircher dann berät, versuchen wir mit verschiedenen Projekten über die Ökomodellregion, die Landwirte einfach zu unterstützen, dass sie zukunftsfähig einen Betrieb aufstellen können. Und dann können wir mit der Ökomodellregion werden.